Und überweist Spotify gut? Ich weiß es nicht, Alter, weil, wie gesagt, ich bekomme davon nichts mit, aber ich glaube schon. Guckst du dir überhaupt mal dein Kontoauszüge an? Es gibt Leute, die meine Kontoauszüge angucken. Du guckst dir nicht mal deine eigene Kontoauszüge an? Das ist dein Ernst! Guck mal, du musst verstehen, mich interessiert das nicht.